Ein Angebot war eine Band, vier Musiker aus Spanien, und das hat mir Uli Dietscher, er ist auch hier, der Name Uli, herzlichen Dank, bei der Musikakademie Basel. Es steht alles, auch im Programm, zur Verfügung gestellt und wir sind heute hier. Und ich habe gefunden, das sind Spanier, die ohne unsere Schriftung kennen, haben die gesagt, sie spielen ein Konzert gratis, ein Geschenk. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020